hallo mal wieder aus palma de mallorca ja was erwartet euch heute in diesem video ich bin im moment auf dem weg zur bier palma die geht bis nächste woche sonntag ist immer von 12 uhr bis 22 uhr und am freitag und samstag bis 23 uhr ist eine biermesse die zweimal im jahr stattfindet mit vielen bierherstellern direkt hier vor dem großen see an der kathedrale also direkt im park de la mar und ja da bin ich auf dem weg hin und fang da mal wieder ein paar bilder für euch ein und denkt dran folgt uns geht uns den daumen nach oben und schreibt uns was in die kommentare so ihr seht das noch mal wie gesagt bis zum achten mal geht sie und immer von 12 uhr bis 22 uhr außer freitag und samstag da geht sie bis 23 uhr kasse tickets kaufen das heißt hier gibt es praktisch die biertickets die man dann hier an den ganzen ständen einlösen kann also es gibt eine kasse ja und dann kann man hier überall sein bierchen holen estrea dam gut gibt ja bocadillos hier ist alles aufgebaut zum sitzen ist auch jetzt schon wir haben jetzt lassen wir hier mit 12 49 am samstag und ja es ist schon ganz gut besucht da ist heineken group auch da also sind natürlich nicht nur mallorquinische biere oder einheimische biere da wird es gar nicht genug geben sondern auch international bier sorten da machen wir san miguel auch in einer größten spanischen ein bisschen tapas bocadillos tintenfisch ringe da haben wir moritz bier aus barcelona also für alle bierliebhaber ihr seid hier bis zum achten mai auf jeden fall richtig mit leckeren bieren mit was was ihr bei uns im laden nicht findet wir sind mehr auf wein im laden hier gibt es noch mal eine kasse wo man kaufen kann ihr seht also für bierliebhaber die bei uns ja nicht fündig werden hier auf der bier palmer werdet ihr auf jeden fall fündig mal stattfinden tut direkt am fuße der kathedrale ich gehe jetzt mal mal da unten zu den anderen ständen runter mal schauen ob sie nicht auch noch irgendwo kleine mallorquinische lokalbrauereien gibt diese habe ich nur größere biere gesehen wir warten mal schauen noch eine kleine lokale bierbrauerei kenne ich noch gar nicht borreco guacho micro servicerie in palmer weiß ich gar nicht wo die sind werde ich gleich mal nur kurz an der visitenkarte fragen ja da sehen wir auch es gibt einen pilzner sogar es gibt sogar ein bier nach pilzner art bei denen gerade mal nachgefragt sind am plaza madrid haben im plaza madrid die fabrik und auch eine bar wo man dann am plaza madrid direkt an der fabrik auch bier trinken kann insgesamt haben sie wohl sechs verschiedene biere im programm diese machen also wie gesagt pilzner und andere schöne lokale brauerei hier haben wir auch den das ist der bierdeckel von denen und hier die rückseite hier ist der stand von forastera ja es auch eine lokale kraft bierbrauerei die sitzen in alaro ja die kennen wir auch schon länger von früher mal vom weihnachtsmarkt und so weiter die gibt schon einige jahre er ist auch deutscher sie ist spanierin machen auch zwischenzeitlich hier in alaro also man kann auch nicht nur zum bier trinken hingehen dann wirklich auch dann eine bar food und bier dort machen auch ein bisschen pizza bisschen hamburger nach schoss in der bar und so weiter und machen auch ein bisschen was zu essen und ja also wer mal irgendwo im land des innern unterwegs ist im bereich alaro der ist da sicherlich auch ja mal absolut richtig forastera wie gesagt sitz in alaro sind 2013 gegründet worden braun mehrere ökologische biere seht ihr auch hier und hier habt ihr auch die seite von den facebook seite und so weiter das waren also die eindrücke hier von der bier palmer denkt daran unterstützt ruhig mal die mallorquinischen kleinen brauereien wie hier noch mal la forastera oder la forastera in alaro oder auch borrego guacho in palma und ja schaut einfach auch mal euch an was die spanischen brauereien die mallorquinischen so zu bieten haben wie gesagt die spanischen oder sagen wir hier in dem fall die mallorquinischen sind wirklich kleine brauereien in familienbesitz und ja guckt da doch einfach mal vorbei alaro oder palma und hier sind wirklich kleine brauereien in familienbesitz und ja guckt da doch einfach mal vorbei und natürlich hier wieder zum abschluss des videos die bitte liked uns folgt uns gebt uns gern ein paar kommentare rein und ja wer jetzt bis zum 8 mai hier auf mallorca ist oder in der nähe von palma sogar dem sei ruhig mal ein besuch auf der bier palma hier empfohlen damit verbleiben wir liebe grüße grüße auch von sandra an euch alle danke fürs zuschauen und bis zu unserem nächsten video macht es gut ihr lieben tschüss tschau